Hallöchen allerseits und Willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit Witcher 3 Wild Hunt und wo sind wir überhaupt gerade muss ich erst mal nachgucken in einem verlassenen Dorf ach ja ich wollte ja genau ich erinnere mich ich möchte ja nach da oben hin ein Vergnügen für die ganze Familie hoffe ich zumindest dann gehen wir es an ja ich lasse plötzlich einfach mal hier müssen wir ja nicht unnötig in Gefahr bringen wobei hier kann es auch von Monstern gefressen werden von daher ist das eher egal jetzt im Großen und Ganzen naja schauen wir es uns mal an ob hier oben irgendwas dann auf einmal sein wird ich gucke auch mal mit meinen Euglings den Hexter Euglings aber ich habe so das Gefühl dass da irgendwas lauern könnte was unseren Fähigkeiten ein wenig überlegen ist ja doch vergleichsweise bescheiden sind was ist denn da unten kann es fliegen das ist unter uns mehr oder weniger ok und da hinten da sind wieder äh flugviechers wie wir sie lieben ne hier sehe ich nicht groß was aber wir haben hier tatsächlich etwas lebendiges Ziegen mich wundert dass die noch nicht alle gerissen wurden gerissene sache das mit den ziehen äh das müssen überlebenskünstler sein weil ich glaube die Viecher essen potenziell eher fleisch einfach mal so eine leise vermutung die ich anstellen möchte ohne genauer zu wissen oder sieht das ding geil aus hey hey du darfst sterben nicht mit mir Freundchen ja der war doch mal schön gemorodet hey kommst du mal her so und du darfst ebenfalls mal den löffel abgeben da war es nur noch ah ne ganz eine auch nicht da hinten fliegen noch mehr von den Viechern rum und da unten da guckt auch noch ein Gedöns rum da ist sie da kommts angeflattert ja kommt her meine Vöglein so einen erwischt und die zweite und die erwischt es auch mal wann ist denn mal Schluss damit ich möchte mal meine Ruhe haben ok ich darf mal ein bisschen Sachen einsammeln sehr liebensgewürzig ach komm ich gehe dann einfach mal weiter in Richtung Burg, Schloss, Turm, was auch immer oh ein sehr sehr zugänglicher Weg hier ach ich habe hier einen Weg ja dann dann lässt es sich auch ein bisschen angenehmer hier gehen so nochmal ein Schildchen besser ist wenn man vorsorgt weil aus irgendeinem Grund ist mir das Türmchen hier nicht geheuer ich kann mir nicht vorstellen dass es da ohne einen Kampf auskommt oh ein Tor äh Tor das sind glaube ich die solche Magiertürme womit früher auch äh Teleporte gemacht wurden das ist dann ja doppelt interessant aber auch doppelt gefährlich eigentlich weil die uralte Magie die könnte auch gefährlich sein verschlossen jawohl gibt es hier irgendwo eine Fußmatte unter der ich einen Schlüssel finden könnte so ganz ganz klassisch oder ein Steinchen äh davon gibt es hier ja so wenig leckt mich doch sonst wo ja das hier ist ein schönes Örtchen um runter zu springen wenn ich denn ein Seilchen hätte und ein bisschen Irrsinn aber ne nix für Geralt und seine alten Knochen schade eigentlich und auch ein Wegweiser findet sich hier glaube ich nicht mäh ist das eklig ich könnte gucken wohin dieser Weg noch führt aber ansonsten bah das kann doch nicht alles sein ich muss hier doch irgendwie rein können da kommt das ah vielleicht kommt das noch in der Story das kann natürlich gut sein ansonsten kann ich mir das gar nicht großartig vorstellen Gott ist das ein massives Ding muss da doch reinkommen sagen deine Hexensinne irgendwas äh Hexersinne ne die sagen ihm nur Mensch ist verschlossen okidoki eine Folge verbraucht um ein paar Harpien zu killen immer mal wieder was neues oder ne da ist ein Wegweiser glaube ich ja nehmen wir den es gibt ne Schnellreisemöglichkeit ist das schön und dann sind auch schon wieder die nächsten Viecher gucken wir aber mal hässliches Endlein Nebenquests irgendwas aufs Gellige noch die traurige Geschichte der Großbratbrüder nee irgendwie nicht ah die List des Königs mit Kirals Hilfe hatten sowohl Jalmer als auch Ceres dem Tod getrotzt und Ruhm erlangt was ihre Chancen auf den Thron von Skellige erheblich verbesserte Krach hielt diesen Umstand für einen ausgezeichneten Grund für ein großes Fest bei dem die Skalden Lobgesänge zu Ehren der Jungen an Krebs anstimmen und die Fleisch und Meht beladenen Tische noch die ganzen äh die letzten Zweifler von seiner großzügigen mächtigen Familie überzeugen würden auch Geralt war zu diesem Fest eingeladen auf dem er ein Zeichen der Dankbarkeit Krachs erhalten sollte ach ja Geralt und die Politik das ist immer so eine Sache für sich das mag er ja eigentlich so überhaupt nicht ah und hier sind auch noch ein paar Hexeaufträge die wir machen können durchaus durchaus schauen wir doch mal hin aber erstmal müssen wir genau zurück nach Kehrtrollde und ach scheiß die Wand an warum noch andere Kleidung anziehen ich glaube ich kann da direkt so hin wie ich bin oder da sollte man jetzt nicht im wilden Norden wollte ich schon sagen das ist ja nicht wirklich nördlich das ist ja Skellige Inseln halt man tendiert immer dazu Norden zu sagen wobei die ganze Region in der das spielt ist ja generell nördlich wir haben ja jetzt nicht so übermäßig viel äh im Süden gesehen bisher wobei mit dem letzten Add-on werden wir jetzt zumindest in etwas südlichere gefüllte landen aber das seht ihr dann ne das seht ihr dann ich kann es ja schon so halbwegs zuordnen wo das gelegen ist und ich kenne ja auch schon Screenshots und die sehen einfach mega aus da freue ich mich schon riesig drauf auf dieses neue Gebiet was da zu kommen wird installiert ist ja schon alles wir sind nur noch nicht weit genug ja da sind wir in unserer Rüstung aber das passt hier ja wie gesagt richtig gut die Wache hatte ich vom Turm aus entdeckt ich wurde geschickt um das Tor zu öffnen warum war es denn zu ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft nein es ist Tradition nach dem Fest wählen die Arls den König da müssen die Tore geschlossen sein nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten ja ne ist klar hat Krach für mich eine Ausnahme gemacht gute Frage machen wir auch mal stellen hat Krach eine Ausnahme gemacht extra für mich alle wissen was du für Ceres und Chialma getan hast heute bist du einer von uns komm Krach wartet einer von uns einer von uns einer von uns wieso das es gibt auf Skellige ein Sprichwort auf einem guten Fest fließen Med und Blut in gleichem Maße das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch ich weiß es nicht klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen na dann bin ich doch mal gespannt auf das schöne Fest unterstützt nicht meine Verbündeten Klaus wenn ein Angräge die Krone tragen soll dann solltest du das sein weil dir Pflaumen auf dem Kinn sprießt lass dir selber welchen sprießen vielleicht hören die Arten da noch zu willst du Sänger haben denk dran das letzte Mal war ich diejenige die am Schluss noch stand ja dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle mal sehen wer besser ist du oder Chialma der Riesentöter ach hör mit deiner Scheißprallerei auf Riesentöter ja also halbwegs ach verdammt das war keine Glanzleistung ja das finde ich auch nicht gerade mit rumbekleckert meinst du das weiß ich nicht aber du hast sie gesehen sie ist so so stur jetzt auch nicht bockig weigert sich auf irgendwen zu hören genau aham blickereichen stimmt Armband Cerys und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge genau das wollte ich auch schon sagen aber wo ist denn Krach eigentlich ohne Krach ist es hier natürlich leise ich sehe Krach gar nicht spricht er gerade mit den Yards nein der ist in seinen Gemächern zweifellos um deine versprochene Belohnung vorzubereiten wenn du gerade Muße hast Hexer warum nicht ein paar Haken mit den Wildkarten das lockert die Gelenke nach der Reise vielleicht später oh mein ich hab genug Game of Thrones gesehen um zu wissen was für Geschenke man bekommen kann bitte nicht hier so langweilig ruhig finde ich das hier eigentlich auch nicht tanzende Damen ausreichend zu essen und trinken ich würde mich hier richtig wohl fühlen glaube ich nur der sollte lieber Rittersporn sein kein Wunder einmal über die Tische springen es ist ja ein Fest auf den Skellige da darf man das und dann gucken wir doch mal nach Krach an Kret hallo Birna gefällt dir das Fest nicht? das ist kein Fest das ist ein Bauernmarkt wo Stimmen wie Scharfälle gekauft werden naja warum auch nicht äh fragen wir mal hier nach Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brands Sohn falsch nicht um eine Krone die ihm von Rechts wegen zusteht soweit ich weiß erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone das ist Tradition aber nicht alle Traditionen sind gut das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden nicht im Fächsten na gut was ist denn falsch da? was ist falsch daran euren König zu wählen? geh herum und hör zu dann weißt du es die Anwärter vergeben bereits Ländereien Privilegien Titel günstige Urteile sie benehmen sich wie Huren die ihre Röcke für jeden Passanten heben ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher sondern ein Schuldner das muss aufhören wir müssen damit beginnen Brands erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen ich hoffe dass die Jarls die Weisheit darin sehen hat natürlich auch Argument stimmt natürlich dass jene die gewählt werden sich auch ein Stückchen weit verkaufen aber zumindest sind es auch wirklich welche denen was daran liegt zu regieren nicht jeder Sohn möchte ja die Arbeit denke ich mal übernehmen aber egal ich schweife ab und sollte mal weiterreden Restkehr Trolde morgen bei Tagesanbruch viel Spaß noch Meister Geralt darf ich? du musst sogar komm ich hab auf dich gewartet na gefällt dir das Fest besser als die Festlandbälle es gibt jedenfalls mehr zu trinken ja und ob alles aus meinem Keller Doppelmeets Dribbel zintrischer Pflaumenbrand Mahakama Schnaps der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser die Angräts wissen was Gastfreundschaft heißt das habe ich irgendwie auch schon gesehen aber vermutlich wollen die ja damit auch was erreichen ein verbrochenes Motiv ich würde mal sagen ein recht offensichtliches Motiv äh ah erst mal fragen wir das mal worum ging's denn? Politik was anderes interessiert sich schließlich nicht sie wollte mich überzeugen dass wir Brans Andenken ehren müssen und dass sich deswegen meine Kinder aus dem Rennen um die Krone nehmen und Svanrik unterstützen soll warum nur glaube ich dass du sie hast auflaufen lassen? das ist noch freundlich formuliert ich hab sie rausgeworfen oh kann man mal machen ne? aber was ist denn sein Favorit eigentlich? er hat ja zwei ob ich einen Favoriten habe meinst du? nein sie sind verschieden wie Feuer und Wasser aber in beiden fließt das Blut der angrägt hm ja das sind die Fragen der Hipskopf oder die Frau die deswegen Probleme haben könnte mal unter uns ist Chalma nicht zu heißblütig um König zu werden? komm drauf an was du für einen König willst wenn du einen willst der Gesandte schickt Figürchen über eine Karte schiebt die profitabelste Option berechnet dann ist er zu heißblütig ja aber Skellige will einen anderen Herrscher einen der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer sprengt als sich zu unterwerfen und das ist Chalma wenn ihr eure Angriffe ausweitet zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch das könntet ihr noch bereuen ins Kellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis jo und dann können wir auch nochmal hier nachfragen wenschen denn schon? meinst du der Rat der Jarls wird es wagen eine Frau auf den Thron zu setzen? wenn du mich das für ein paar Monaten gefragt hättest hätte ich dir ins Gesicht gelacht aber heute sehe ich und nicht nur ich dass Terris etwas hat was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer Geduld andere handeln und denken da sie nicht sie durchdenkt alles wägt das für und wieder ab aber wenn sie handelt hält keine Macht der Welt sie auf und doch musste ich sie zweimal quasi einmal besiegt im Rennen und ein anderes Mal rausgeholt so sehr nachdenken tut sie dann auch nicht aber vermutlich für Skelliger Verhältnisse und ihr Plan war ja gut und ich habe vor mein Wort zu halten hier dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz ich gebe es dir für deine Verdienste und den Fortbestand der Linie schöne Arbeit das sieht doch mal geil aus ich habe zu oh ist da jemand anderes im Rennen ganz weit oben oder wie? das ist nicht Gehen wir what so ever wow ich glaube das ist diesmal keine Lose und oh nein ich schrisse so der erste wäre besiegt gewesen jetzt dann schlitten auch den Beeren mal schön auf ups und einmal von hinten jetzt und zack ist der kaputt gegangen ja leck mich doch sonst wo Tuch gib mir ein Tuch ich muss die Blutung stoppen schnell nimm meinen Mantel nimm meinen Mantel halt durch Sohn du schaffst das schon mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt Halbjörn er ist tot krach wo sind diese Bären hergekommen hä? antworte sofort pass auf wie du mit meinem Vater sprichst steck das Schwertwerk kleiner sonst verliert krach auch einen Sohn du beleidigst mich Logos jetzt bedrohst du meinen Sohn das lasse ich nicht zu dann komm her los ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund beruhigt euch ruhig es ist genug Blut geflossen jemand hat diese Bestien hergebracht um unsere Söhne und Brüder zu ermorden wir können sie nicht wieder lebendig machen doch wir müssen sie rächen wenn wir können diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen Finde den Schuldigen an Kret finde und töte ihn sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein okay da wollte ich gerade nicht in die Stimmung rein reden das ist ja ja erstaunlich habe ich nicht mitgerechnet holla die Waldfee da müssen wir definitiv wohl wieder was tun deswegen erstmal die Frage hat jemand gesehen wie die Bären reingekommen sind wenn wir schon dabei sind das ist egal ich weiß schon wo der Schuldige zu finden ist warte bist du verrückt du willst Leute umbringen bevor wir wissen was passiert ist forsch nach so viel du willst in der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen hey die Jarls hören nicht mehr zu lass das Heldengetue und denk einen Moment nach unsere Ehre steht auf dem Spiel Schwester das kann nicht warten hörst du mich überhaupt jemand hat diese Bären reingelassen wir müssen erfahren wer und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum genau äh ich helfe der Ceres weil ich denke dass ich mit meinen Hexersinnen sowieso irgendwas hier finden kann und deswegen machen wir das mal so sie ist da eh auf meiner Wellenlänge wobei ich zahack ihr auch gerne mal eigentlich aber egal ich helfe dir Ceres so muss das du hast recht Ceres ich helfe dir danke schön wir sehen uns wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme ich bleibe hier jemand muss sich um alles kümmern in Heilerhofen die Gefallenen den Familien übergeben Wolf ich danke dir war ja klar dass ich mich hier entscheiden muss zwischen den Beinen hast du sowas schon mal gesehen? nein und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen boah woher sind die Bären gekommen? wir haben alle gelacht gegessen getrunken dann plötzlich ein Gemetzel Ströme von Blut an den Wänden ja wer ist gestorben? ja einen haben wir ja gesehen ob das der einzige war ich glaube nicht weißt du wer gestorben ist? Drogoda Drek Bondu Blaujung Lugos Halpion Ohtrik die Liste ist lang die Thronanwärter die noch leben die sind schnell aufgezählt du Chalmar und Svanrek was willst du damit sagen? nichts noch nicht ah ja und gut da war ja die eine Dame gewesen ich glaube sie könnte was damit zu tun gehabt haben die ist ja sehr auf Macht aus und so hat sie Thronanwärter aus dem Weg geräumt und Krach an Kret in die Bredouille gebracht deswegen glaube ich tatsächlich dass das die noch Königin oder wie man das sagen soll ist dass die ihre Macht festigen will aber mal sehen was sie noch zu berichten hat ein Massaker passiert was genau Blaujung Lugos hat gewettet dass er ein Fassbier in einem Zug leert er ist auf den Tisch geklettert hat sich ein 30 Liter Fass zintrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch er lief rot an aber er sofft weiter die Leute fingen an ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren Lugos Lugos dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums alle drehten sich gleichzeitig um als hätte der Steuermann gerufen da waren sie die Leute die den Bären am nächsten saßen konnten nicht mal die Waffen ziehen sie wurden in Fetzen gerissen wir werden sie rächen versprochen aber jetzt erstmal umsehen denn wir wollten ja hier im Raum nach Hinweisen suchen genug geredet sehen wir uns um lass mich wissen was du findest ich rede mit den anderen vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich jo und damit enden wir doch auch mal die Folge wie sind sie reingekommen ich weiß es nicht und sie redet tatsächlich also wir sehen uns bei der nächsten Folge wenn wir das hier gerade so ein bisschen genauer erkunden bis dahin ciao ciao ciao